Moins YouTube ist wieder Willkommen zu AllAce 10 Also den Haufen schmeißen wir mal on Hatten wir noch was vor Da war alles super Der stand hier, der stand da Nö, dann Würd ich wohl mal heißen, dass wir wohl beim Holz waren Das Ding ist schon wieder müde Den fällen wir nochmal eben, dann Gucken wir nochmal, ob wir nach dem Holzweitwurf gucken können Ich hoffe der fällt jetzt nicht auf das Ding gerade Ne Ah, da ist wieder so ein alten dicken Brocken hier Der kein Ende hat Gehe jetzt ja Schneiden wir einfach mal Hier durch Steht das Auto hier? Ja es steht Das ist gut Das hatte ich doch geholt Und da ist es wieder so ein Baum zum Weitwerfen Ne Da wollte ich mal eben nach Noch einen gibt, weil dann kann ich den schon mal vorrang weg tun Zwei Stück Und nehmen wir die schon mal mit Wann dann sind sie weg So, du kommst da hin Du kommst auch noch ab Mit komm kollegen Nein Nein War ja klar, dass der wieder drüber fliegt War ja klar, dass der wieder drüber fliegt Wir haben, das ist der drüber, dass er noch weiter ist Ja War ja klar, dass du da noch besser hast Ja Du bist Du bist Du bist Du bist Du bist Und dann nehmen wir uns den doch erst mal mit. Oh, das Ding, das liegt hier jetzt richtig gut, ey. Ja, kann ich vorne dran machen. Oh, die stellen wir einfach mal hier hin. Dann stehst du mir nicht im Weg, ich kann in Ruhe mein Holz machen, nein nicht wieder umkippen. So, ich werde jetzt einfach mal hinten schieben. Jedes Mal ist es wohl scheiße aufgeladen, dass alles so kreuz und quer ist. Oh, ist es auch egal. Den Stumpen war jetzt vorher weg, ist besser. So. Hey, ich hoffe, ich seh nur gleich nicht in der Runden durch. Ne, doch nicht. Sonst habe ich da gleich einen halben Stock liegen. Ja, fällt wieder um. Das hat auch heute die Schlafsucht. So schläfrig war das noch nie. Die Schlafsucht hat sich nicht in der Runden durch. Und jetzt kommt es wieder zurück. Und jetzt kommt es wieder zurück. Ich bin der Schlafsucht. Ausleeren fahrt, weil das alles so scheiße liegt. Erstmal hol ich den dünnen Baum da von da hinten. Hier liegt er ja. Ich glaube, ich fahre die jetzt auch erstmal weg, weil mehr passt da nicht mehr drauf, weil die so scheiße liegen. Der müsste drauf liegen, macht er auch. Alles gut gesichert. Oh, den Stein lassen wir hier, dann können wir besser lenken. Jetzt geht es wenigstens bergab, das ist das Beste. Perfekt. Letztes Mal muss ich ja bergauf fahren. Jetzt fahre ich bergab, das ist besser als bergauf. So, dann bringen wir mal die Kogge hier weg. Nur nicht als Unfall mit den Scheiß. Oh, Sprit hat der auch nicht mehr das meiste, aber da kann ich eigentlich mit dem Auto holen. Moin die extra mit dem Trecker hin juckeln. Moin die extra mit dem Trecker hin juckeln. Oh, mit der Null. Mann, du ab und du ab. Jo, es ist alles ab, das ist gut. Mann, er sah es gut aus aus rückwärts, aber dann am Ende doch nicht. Na komm, zieh hoch, Alter. Na komm, zieh hoch, Alter. Den Anhänger, den braucht man nie baden. Der geht ab und zu immer baden. Können wir mal gucken, was der Helfer so macht. Okay, da wird diese Folge noch nicht fertig, aber nächste Folge, dann können wir den auch sauber machen. Mal gucken, wann wir noch kommen mit rüberfahren. Ne, Auto haben wir nicht im Nacken hängen. Auch wenn er leer ist, boah, so lange. Bringen wir die nächste Folge dahin. So, aber trotzdem wird es dir heute gefallen, dann drückt mir gerne das Daumen nach oben. Lasst mir ein Abo da. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer René vom Vlog. Tschüssi.